Überdenke deine Welt, so lautet das Motto des Filmfestivals Reflektar in Mainz. Was macht uns zu dem, was wir sind? Was würdest du gerne ändern, wenn du könntest? Komplexe Fragen und vielfältige Antworten. Das Festival widmet sich unserer Zukunft. Manchmal ist man positiv motivierend, manchmal ist man auch ein bisschen geschockt. Es hat beides und das finde ich gerade eine spannende und tolle Kombination, weil ich glaube, die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Reflektar vom 11. bis 13. August in Mainz.